und auch heute eine erlegung für dich und für deinen mister so ich habe hier die mars klangschale mitgebracht schwinge dich in sie hinein so es schwingt mir entgegen denn wir kommen ja dieses jahr in den mars ja astrologische jahresbeginn ist immer im märz und jetzt kommt mit dieses song i got the power ja genau der mars gibt uns power genau so wow und heute ist ein portal tag und du kannst auch etwas power brauchen und da unterstütze ich dich in meinem portal energy kreis energy kreis ja sei dabei also anmeldungen ihr kennt die art und weise unter dem video sind die aktuellen sachen immer täglich dabei freue ich mich natürlich auf dich denn ich sehe heute den herzensweg mit angst mit unsicherheit verunsicherung aber der universum pusht und sendet so impulse aus dem vorleben ja und es geht auch darum wirklich in der öffentlichkeit öffentlich zu bestimmten dingen zu stehen damit aus dem ganzen was werden kann vielleicht heißt es auch ihr werdet euch über den weg laufen also das bedeutet vielleicht trifft ihr euch irgendwie auf der arbeit oder ihr trifft euch irgendwie also in der öffentliche gebäude oder eine institution oder es kann auch sein wenn du jetzt zum beispiel hier dein mister right vielleicht noch dein mann ist oder der hat sich von dir getrennt oder oder du von dem oder was weiß ich auf jeden fall es könnte hier der gerecht auch symbolisieren also auf jeden fall geht es darum da sind ängste und unsicherheit was was bezüglich dieses neues weges besteht trotzdem kommen schnelle entwicklungen wo man genau hinschauen möchte und bestimmte dinge erstmal erkennen möchte ja und es geht auch darum diese tiefe seelenliebe zu spüren und wie gesagt es geht auch in der tiefe zu gehen aber auch die enttäuschung blockiert ist hier wirklich noch von herz zu herz die kommunikation also wenn er dir was sagt vielleicht sagt er dir dann ja vielleicht sagt er dir dann durch die blumen dass er da noch immer noch so eine art ja noch nicht ganz 100% ehrlich ist der lässt noch nicht ganz die hüllen fallen und jetzt hier wie gesagt im also wenn du natürlich das heißt also wenn du natürlich das heißt also energetisch aber auch dir deine themen wie gesagt also wenn du natürlich das heißt teilen möchtest kannst du gerne dabei sein also ich zähle jetzt mal ungarisch für euch einmal ja also ich habe jetzt die doppelzahlen gemacht 2 4 6 8 und 9 das ist die ungarische variante wenn du auch was ungarisch lernen möchtest wer weiß vielleicht ist dein seelenpartner ungar dann oder seelenpartnerin dann kannst du meinen ungarischen kanal anschauen so große community auch schon mit 13.000 follower also wirklich auch ja da hört ja auch wie ich ungarisch spreche ja wie ich ungarisch spreche wie ich ungarisch spreche also der die sprache hat einen spezifischen klang und darum kam das auch wirklich mit diesem sehr stock denn wir wir haben uns da wirklich hier die videos angehört also das war so eine so ein schwung wenn ich sag hallo na aber wenn ich sag sehr stock das ist dann so eine schöne klang also ich nehme das jetzt auch als markenzeichen hier deutschen raum sagt ja keiner sehr stock es sei denn ihr findet das auch toll das schmeichelt mir ich lerne das jetzt langsam anzunehmen also das so ein bisschen also wirklich so ein kompliment sag ich mal wenn ihr jetzt auch noch youtube höre dass ihr auch grüßes doch dann weiß ich dann schöne grüße zurück oh man ja cool ja das musste ich echt lernen wenn leute mich nachgemacht haben oder so ein bisschen was fühlte ich mich immer in meine persönlichkeit irgendwie jetzt nehme ich das so das nehme ich wirklich als erfolg denn da stehe ich ja und ihr kommt mir zu wundervoll dankeschön also es geht hier wirklich darum dass hier etwas mit deinem mr right wie gesagt auch hier etwas wirklich karmisches also das ist darum kommst du ja auch von dem nicht mehr los also darum ist er dir denn auch in gedanken und du kannst sind wirklich nicht loslassen ja und also ich sag immer mit gehangen mit gefangen so das ist so mein spruch ne und das ist wirklich tatsächlich so weil hier bist du ja hier unten und er aber auch ne guck mal du schaust dem du willst eine veränderung haben bezüglich ihm und im grunde denkst du vielleicht er hat jemand anderen das könnten die gedanken sein im grunde er sieht dich und verehrte dich und hat dich auch in seinem unterbewusstsein aber wie gesagt du du würdest das sehen ähm er ist glücklich mit jemand anderen er ist glücklich mit vielleicht mit seine jetzige familie oder vielleicht auch mit der schlange denkst du vielleicht in deinem hinterkopf könnte dann auch noch die zeit sein dass du sagst ach ich weiß nicht solche gedanken könntest du haben er im gegensatz zu dir denkt an dich und denkt boah mit dir werde der glücklich werde total könnte diese sinnliche liebe leben familiär nur ist es kompliziert schwierig in seinem hinterkopf denk darüber nach wie könnte er das gesamte hier verändern und wie könnte er wie gesagt hier ja wie viel zeit sollte hier noch vergehen dass das hier auch mit euch irgendwie weiter geht oh guck mal an eine karte war gefallen tatsächlich so und das ist hier wie gesagt dass es im verborgenen alles sich abspielt viel unbewusst viel auf der gedanken eben oder unbewusst ja so im grunde schauen wir deinen mister right an also er versucht in seine kraft zu kommen denn er hat wirklich so stark gesehen sucht und am liebsten würde er dir wirklich schreiben wenn er diese blockade verändern könnte würde er dir wirklich schreiben und also auf jeden Fall sucht er nach einer Lösung wie er sich dir annähern sollte und also wie gesagt hier ja romantisch diesen Neuanfang zu dir findet allerdings allerdings wie will der denn die romantische Annäherung finden wenn er blockiert ist wie ne da ist er total verwirrt und er weiß auch gar nicht wie ne weil also der hat jetzt schon die ganze Zeit irgendwie eine Maske getragen ne und also ich sehe jetzt hier schon er will schon dir den Ring geben doch doch also das kann ich dir sagen doch er denkt schon äh darüber nach also mit dir eine festere Verbindung einzugehen nicht nur eine Techtel Mächtel er will kein Techtel Mächtel er will ganz oder gar nicht und das sind doch gute Neuigkeiten aber wir schauen jetzt dich an dich dich also auch wenn du diese seelische Tiefe für den empfindest auch wenn du weißt du kommst nicht auch nicht in der Gänge wirklich weil du hast hier auch eine Blockade an dir nagt was so ich sage euch ganz einfach ja all die Jahre ne also ich so sag ich mal jetzt ja nicht ganz zehn Jahre also ich war früher wirklich wirklich schlank ich habe lang mein Gewicht gehalten bin dann auch fünfmal die Woche ins Fitnessstudio das hat sich angefangen so einzuschleichen mit meiner Selbstständigkeit dass ich dann den Sport nicht mehr geschafft habe dass ich dann immer wieder mehr Schoki und dies und jenes gegessen habe habe zugenommen und ich war nicht bereit innerlich nicht bereit abzunehmen ein Kollege von mir macht mir auch Hypnose hat alles nichts genutzt weil ich das nicht innerlich wollte aber jetzt jetzt sind die Weichen so gestellt weil ich innerlich dafür bereit bin und das sehe ich bei dir apropos da mache ich auch eine Videoreihe dazu an meinem Kochkanal wie ich abnehme da könnt ihr mich auch beim Wort nehmen also könnt ihr mir einfach folgen einfach kochen mit Leib und Seele findest du in Unterkanäle was ich hier sehe du bist hier auch wenn du Dinge weißt bist du hier in deinem Vorwärtskommen gehindert und blockiert und da helfe ich Frauen die stecken geblieben sind mit dem Coaching also gerne melde dich dazu an den kostenfreien Erstgespräch ja also so ein Potenzialcheck sag ich mal und es geht wirklich um Dinge zu erkennen wie du von Herz in Herz warum ist da jetzt noch diese innere Tür zu bei dir was dich zur Erfüllung bringt das sollst du wirklich erfahren und wissen ich sehe schon den Herzensweg hier und ich sehe schon auch also in der Öffentlichkeit dass es auch lebbar ist und dass ihr auch wirklich ankommen könnt ne allerdings sind hier noch wahnsinnige Ängste Unsicherheiten Unentschlossenheit hat es immer mit Unsicherheit zu tun weil man nicht weiß was kommt der Universum spiegelt hier ganz viele Themen die noch transformiert werden sollten losgelassen werden sollten und zwar dann geht das schlau an weil wenn du das nicht machst wird dir das wieder auf der Silbertablett präsentiert und du wirst wieder enttäuscht werden so das war die Legung ist wieder länger ausgefallen als gedacht also wie gesagt zum Portaltag melde dich dazu an ich freue mich auf dich bis bald ich